Morgan Harper Nichols ist Künstlerin, Dichterin und Autorin, die schöne und inspirierende Bilder zu den Geschichten anderer erschafft. Ihr neues Buch, Peace is a Practice, An Invitation to Breathe Deep and Find a New Rhythm for Life, untersucht, wie wir auch inmitten der Betriebsamkeit und des Chaos in der Welt und in unserem Leben Frieden finden können. Bitte heißen Sie Morgan Harper Nichols willkommen. Morgan, hi! Hallo, es ist gut, mit Ihnen allen heute zusammen zu sein. Schön, Sie wieder zu sehen. Ich glaube, es ist schon einige Jahre her, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber es fühlt sich nicht so lange an. Vor ein paar Tagen habe ich auf Instagram nachgeschaut und war vollkommen überrascht. Sie haben inzwischen nahezu zwei Millionen Follower auf Instagram. Sie sind ja förmlich explodiert. Glückwunsch! Oh, wow, vielen Dank. Ich finde es so faszinierend, denn als ich persönlich bei Ihnen war, das war einer der wenigen Momente, wo ich eine echte Verbindung zu Menschen haben konnte. Außerdem erschien gerade mein erstes Buch. Der Tag bei Ihnen hat mich so erfüllt und ermutigt. Er gab mir das Gefühl, ich sollte damit weitermachen. Und so hat sich das entwickelt. Ja, Gratulation. Wir freuen uns so für Sie und natürlich lieben Menschen Ihre Kunst. Nun gibt es viele Künstler auf Instagram, viele Dichter, viele Menschen, die so etwas in der Art tun. Wahrscheinlich fühlt es sich etwas selbstsüchtig an, diese Frage zu beantworten, aber ich bin wirklich neugierig. Was ist es, was Sie Ihrer Meinung nach tun, was Menschen derart anspricht, dass Sie einen solchen Erfolg haben? Es ist kein Geheimnis, dass viele von uns auf verschiedene Weise Fragen und Unsicherheiten im Leben haben. In meinem eigenen Leben habe ich Gnade dadurch erlebt, dass andere Menschen mir gestattet haben, ihnen zu sagen, ich fühle mich gerade echt verwirrt und gestresst. Diese Gnade möchte ich nun auch anderen schenken. Das ist ehrlich das, worauf ich jeden Tag zurückkomme. Ich denke daran, wie zu jedem beliebigen Zeitpunkt irgendjemand gerade durch seinen Feed scrollt, um sich von etwas echt Stressigem in seinem Leben abzulenken. Und ich glaube, dass Gott sich in solchen Momenten blicken lassen kann und dass Menschen in diesem Rahmen Gottes Gnade erleben können und sei es nur für einen Moment. Das ist der rote Faden, der sich durch meine Tätigkeit zieht. Mindestens einmal am Tag, wenn ich auf diesen Internetplattformen bin, sage ich mir, wow, da draußen sind Menschen, die eine kleine Erinnerung brauchen, dass alles gut wird und dass sie es einen Tag nach dem anderen angehen können. Das, was ich weitergebe, ist oft etwas, was jemand hören muss, weil es etwas ist, was ich selbst hören muss. Ich versuche, das weiterzugeben und dann stellt sich heraus, dass es viele Menschen anspricht. Sie haben gerade ein Buch geschrieben. Das ist der Hauptgrund, warum wir von Ihnen hören wollten. Das ist spannend. Wir sind immer begeistert, wenn Sie ein neues Buch haben. Das Buch heißt Peace is a Practice. Frieden ist eine Übung. Ich habe darüber nachgedacht, darüber, dass die letzten paar Jahre für alle von uns einige der komischsten Jahre überhaupt gewesen sind, aus vielen Gründen. Eigentlich würde man meinen, dass bei den Quarantänezeiten der Stille und Zeiten der Isolation Menschen ein wenig mehr Frieden erlangt haben, aber das Gegenteil ist der Fall. Man hat den Eindruck, dass alle unruhiger und mehr besorgt über die Zukunft und das Berufsleben und die Regierung sind. Bestimmt spüren Sie das auch. Ist das der Beweggrund hinter dem Buch, oder gab es da noch etwas anderes? Ist das der Grund, warum Sie Peace is a Practice schreiben wollten? Ja, ich habe das wie alle anderen zu spüren bekommen. Das ist das Erste. Dann kam noch hinzu, dass bei mir in den letzten eineinhalb Jahren Autismus diagnostiziert wurde. Während all das andere in der Welt los war, machte ich auch diese persönliche Entwicklung durch. Ich erkannte, ich hatte all diese Kämpfe im Leben gehabt, für die ich keinen Namen hatte. Ich wusste nicht, was es war. Nun hatte ich schließlich die Antworten. Aber diese Antworten zu haben, war auch schwer, weil ich nun auf mein Leben zurückschauen und sehen musste, wow, es hat all diese Momente in meinem Leben gegeben, wo ich ängstlich und gestresst war und mich nicht gerüstet gefühlt hatte, am Leben zu sein. Gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, Frieden zu suchen. Das habe ich im Laufe meines Lebens nicht perfekt hinbekommen. Es ist etwas, was ich üben musste und es ist etwas, was ich weiterhin üben muss. Diese Erfahrung hat mich in die Lage versetzt, auch andere in diesen Frieden einladen zu können. Wir alle haben unterschiedliche Dinge. Ja, es gibt viel Unsicherheit in unserem Leben. Es gibt vieles, was uns stresst. Wir alle sind über Berge und durch Täler gegangen. Aber gerade dadurch können wir lernen, tief durchzuatmen, mit unseren Kräften zu haushalten und Frieden im gegenwärtigen Augenblick zu finden. Das hat uns durch diese Zeit gebracht und wir können das auch in Zukunft weiter kultivieren. Morgan, ich möchte kurz nachhaken. Habe ich eben richtig verstanden, dass Sie in den letzten Jahren entdeckt haben, dass Sie Autismus haben? Ja, genau. Ich kam ursprünglich durch ein TikTok-Video darauf und da merkte ich, das ist etwas, womit ich mich mal näher befassen sollte. Denn bei einer erwachsenen Frau sieht der Autismus anders aus als bei einem kleinen Kind. Viele der Autismusforschungen sind mit kleinen Kindern gemacht worden. Im Erwachsenenalter äußert sich das jedoch anders. Es gibt nicht viele Anlaufstellen für Erwachsene, die eine Diagnose haben wollen. Also hörte ich erst einmal von Menschen auf TikTok, die über ihre Erfahrungen sprachen. Als Erwachsener diagnostiziert zu werden und wie anders es als Erwachsener ist. Vieles, was sie beschrieben, sah ich auch in mir selbst und das brachte mich dazu, mithilfe von Google einen Spezialisten in meiner Nähe zu finden. Wow, das überrascht mich, ehrlich gesagt. Denn wenn ich an Autismus denke, wir haben zwei autistische Neffen, dann denke ich nicht an jemanden wie Sie. Ich meine, Sie schauen direkt in die Kamera, Sie scheinen problemlos ein Buch schreiben zu können. Aber ich vermute mal, es gibt andere Dinge unter der Oberfläche. Ja. Ja. Ja, absolut. Und es ist faszinierend, weil es wieder an den Gedanken des Übens anknüpft. Es erfordert viel Übung. Beispielsweise meine normale Sprechstimme. Von Natur aus spreche ich sehr monoton. Die Variierungen meines Tonfalls sind eingeübt. Wenn ich sage, oh, hallo, wie geht's dir? Dann bin ich mir sehr bewusst, das mit einem besonderen Tonfall zu sagen. Es sind all diese kleinen Dinge, die ich eingeübt habe. Ich habe Augenkontakt eingeübt. Ich habe all diese Dinge eingeübt und lange Zeit war mir nicht klar gewesen, du meine Güte, andere Menschen müssen nicht den ganzen Tag lang genau auf solche Sachen achten. Dadurch erkannte ich schließlich, oh ja, irgendetwas ist hier los. Also, ja. Beeindruckend. Das erinnert mich an Dallas Willard, dieser Gedanke, dass die Frucht des Geistes etwas ist, das man einübt. Genauso wie man andere Dinge üben muss, genauso wie man Kunst schafft oder Poesie schreibt, ist es etwas, das man üben muss, etwas, woran man in sich selbst arbeiten muss. Ist das der Kern des Buches? Ja, absolut. Und das ist etwas, wo ich mich jeden Tag hineinknien möchte und hoffentlich ermutigt es andere, es ebenso zu tun. Es ist ein fantastisches Buch. Falls Sie zu Hause sind und sich Sorgen über das Leben machen, möchte ich Sie echt ermuntern, sich dieses Buch von Morgan Harper Nichols zu holen. Es heißt Peace is a Practice, an Invitation to breathe deep and find a new rhythm of life. Es ist überall zu haben, wo es Bücher gibt. Morgan Harper Nichols, vielen Dank, wir schätzen Sie. Gott segne Sie und Ihre Arbeit. Ja, Sie auch. Dankeschön. Vielen Dank.